Interessant, vielleicht hat er auch eine Minion heute. Das machen meistens diese Typen mit Pumpe. Die predikten wir einfach mal. Ah, Junge, wie TF, man kann es einfach... Ich, ja, okay. Nennt mich einfach den Callgott, nennt mich einfach den Callgott, Leute. Moin Leute und willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute ist der Speedrun-Tag Nr. 6. Ich bin extrem gespannt. Ich zeige euch ganz kurz einmal das Scoreboard. Jonas hat schon gepusht heute, Halli auch, Jona auch. Ich bin der Einziger, der jetzt noch pushen muss von den oberen. Und ja, deswegen werde ich natürlich Halli und Jonas wieder überholen. Die Frage ist nur, wie viel Abstand können wir vor Jonas halten? Mein Ziel ist auf jeden Fall, die 5100 Pokale heute zu erreichen. Das wäre extrem sick. Und ich bin gespannt, ob wir das Ganze erreichen werden. Ja, 5000 sowieso erstmal das Ziel grundsätzlich. Aber 5100 wäre sehr schön. Und ich bin gespannt, ob wir das schaffen können. Und wir werden, wie gesagt, wieder mit diesem Deck spielen. Wir können gleich noch einmal eine epische Karte erfordern, weil wir einen epischen Sonntag haben. Maxen, Maxen wahrscheinlich, äh, graden dadurch den Babydrang ab. Gucken in, äh, ja, in 3 Minuten nochmal einen Shop. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. 14 Sekunden. 14 Sekunden. Ich bin extrem gespannt. Wir können hier auch einfach, äh, Lumberjack oder Inferno-Dank ziehen. Wir können hier auch einfach einen Sparky ziehen. Wir können hier auch einfach einen Sparky bekommen. Hier könnt ihr jetzt auch einfach einen Sparky ziehen. Ich bin gespannt. Und, was ist es? Graveyard. Erstmal eine epische. Ja, wir brauchen keinen Hawkrider. Wir brauchen keine Kanonkarre. Graveyard, Leute. Graveyard. Das Projekt geht ja eh so, wahrscheinlich, 12 oder 15 Folgen. Wir sind bei der 6. Folge. Wenn jeden Tag eine Leggy kommt, können wir uns nicht alle kaufen, wahrscheinlich. Also würde es schon Sinn machen, die wichtigen mitzunehmen. Aber Graveyard haben wir auch noch nicht. Eigentlich würde ich das schon mitnehmen, oder? Einfach auch nur, um es zu haben. Weil dieses Account könnte vielleicht mal ein Practice-Account später werden, oder so. Wo ich alle Level habe. Hm. Keine Ahnung. Okay, dann werden wir es, glaube ich, nicht kaufen. Ne, dann werden wir es, glaube ich, nicht kaufen. Wir warten ab, Leute. Vielleicht nochmal morgen Abend. Ich werde erstmal abwarten und gucken, wie wir das Gold selber brauchen. Und entscheide das Ganze dann. Epischer Sonntag. Sehr schön. Wir fangen die Babydrinks an. Und jetzt geht es an, mein Clan. Bitte haut mal hier die Babydrinks rein. Wir brauchen jetzt hier Babydrinks. Das wäre extrem nice. Ich will nämlich hier auf jeden Fall die Babydrink upgraden. Das ist der erste am Start von Regen. Vielen, vielen Dank, Regen. Sehr, sehr, sehr nett von dir an der Stelle. Ehrenmann. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Noch ein Babydrink von Tomcraft, PXG. Ist hier auch im Chat. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Ehrenmann. Mein Community ist einfach legendär. Und noch ein Babydrink haben wir. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Aber wir haben die Babydrink voll. Vielen, vielen Dank für den Support. Hä? Ah, jetzt. Von Florian. Vielen, vielen Dank. Hat einfach gebackt kurz. Babydrink geht damit auf Level 10. Extrem wichtiges Upgrade. Jetzt haben wir alle Karten Level 10 außer Golem, Nado, Zepp. Nado ist nicht so wichtig. Zepp ist auch nicht unbedingt so wichtig. Und Golem ist natürlich schade. Aber Golem haben wir immerhin jetzt überhaupt Level 9. Der war gestern ja noch auf Level 8. Also wir haben auf jeden Fall nochmal ordentliche Upgrades von den Leveln her. Und ich glaube, das Deck ist auch so einfach extrem stark. Und damit können wir sehr gut hochpushen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Okay, was spielt der gute Supreme? Wir spielen die Hexe. Okay, Hexe Level 10 ist natürlich ein Nachteil gegen Hexe Level 11. Aber dennoch kriegen wir das ganz gut verteidigt. Okay, wir müssen jetzt hier ein Skelett damit bringen. Dann noch ein Zepp. Und dann bringen wir einen Lumberjack vor, unsere Hexe damit. Mit der Lumberjack tankt für die Hexe und die überlebt. Ich denke, das war auf jeden Fall sehr nice Interaktion für uns. Dass er und die Hexe überlebt hat. Er bringt eine Walküre einfach so auf die Tower. Und wir holen einfach so seinen Tower. Wir hätten natürlich jetzt auch die Walküre ignorieren können. Und Inferno Dragon auf den King Tower spielen können. Aber ich hätte Angst gehabt, dass er dann vielleicht doch noch verteidigt. Deswegen habe ich jetzt lieber nochmal Save gespielt. Und habe die Walküre verteidigt. Ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Lässt er den einfach durchlaufen, oder was? Ne. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Hä? Hat er aufgekehlen, oder was? Okay. Null. Er gibt einfach auf. Ganz, ganz, ganz weird an der Stelle. Keine Ahnung warum. Mal schauen. Wir spielen gegen Mohammed. Mit Montes Lambo, ja, natürlich. Natürlich. Mit welchem Lambo denn sonst? Wir haben keinen Atom-Cycle-Rip. Golem eher ein bisschen weiter vorne platzieren. Eine Pumpe werden wir in Golem reinpushen. Okay. Interessant. Vielleicht hat er noch eine Minion-Horde. Das machen meistens diese Typen mit Pumpe. Die predikten wir einfach mal. Ah, Junge. Wie TF. Man kann's einfach. Ich, ja, okay. Nennt mich einfach den Call-Gott. Nennt mich einfach den Call-Gott, Leute. Louis. Das war immer wieder insane. Können wir ihn vielleicht überwenden einfach? Ich, ich mach Risiko-Nado. Risiko-Nado predikt auf irgendwas. Er geht auf. Okay. Gut. Call-Girl. Call-Girl-Flobby. Ja. Call-Girl-Flobby. Genau. Das ist Call-Girl-Flobby. Nice. Vielen Dank für die Zepore. Ich liebe euch auch, Chat. Musst nur fragen. Dann kriegst du einen. Nice, Jonas. Ah, ja. Jonas hat mich im Auge. Ja, Junge. Die Gegner werden immer... Ja. Man, man sagt immer... Ey, no joke. Das ist doch ein Joke. Jedes Mal, wenn ich sage, dass die Gegner besser werden, kommt in genau dem Moment ein Karma-Feuerball in meine Fresse geklatscht, der einfach komplett scheiße ist vom Gegner und daneben geht. Und ich stehe da und sage, jo, die Gegner werden besser und dann soll ich das erklären und dann ist da so ein Feuerball. Na. Aber vielleicht bleibt die Hexe da stehen an der Brücke. Ja, oder auch nicht. Pila ist so ein schlechter Feuerball. Ey, wie kann der Typ überhaupt noch... Wie kann der Typ überhaupt... Wie kann es überhaupt ansatzweise gut für ihn aussehen, obwohl er so sagt... Ah, hätte ich nicht Sam drauf, nicht... Dummkopf. Ja, wahrscheinlich tickst du noch da drauf. Wahrscheinlich ist der Entferno-Drache connected auf dem Golem, nachdem der zwei Millionen Jahre weit weg ist. Ja, wahrscheinlich. Genau. Erklär mir das doch bitte mal spielen. Nein, kannst du nicht erklären? Ja, wahrscheinlich. Ja, macht gar keinen Sinn. Macht ja gar keinen Sinn. Der Typ hat ja so ein Glück gehabt. Holy shit. Boah. Juhu, warum ein bisschen... Hä? Was für... What the fuck? Ich hätte nicht Sam sollen. Hätte ich... Hätte ich... Offensiv nicht gesappt, hätte ich das Game gewonnen gehabt, glaube ich. Oh, hätte ich gerade nicht gesappt. Das redet mich gerade so auf. Hätte ich nicht gesappt, hätten wir das Game gewonnen gehabt. 100%. Dann hätte ich offensiv sammen können, hätten wir das Game gewonnen gehabt. Ach, man, das ärgert mich gerade so hart. Wieso, wir hätten den Turm auf jeden Fall geholt. So, jetzt machen wir mal den typischen Ignorier. Wie viel... Ja, ja, genau, wahrscheinlich. Nein, ich bin nicht wütend, Leute. Ich bin nicht wütend, Leute. Ich bin nicht wütend. Ja, weil Kyra auch noch. Ja, ja, macht Sinn. Macht Sinn, das Game. Ja, 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 ja. Was hat denn der Fischer da gemacht? Ja, locker da auch noch. Geil. 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 Ich hab Bock, Mann. In Ferdetower Minion Horde. Das ist genau das Decking, das ich schon immer mal spielen wollte. Ja! Der Connect ist drin. Ja! Ich freu mich so für ihn, Mann. Nein, ich bin nicht sauer, Leute. Nein, ich bin nicht sauer. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Warum auch? Nein, warum auch? Warum soll ich ja auch sauer sein? Junge. Das ist so low. Die Baküro wird wahrscheinlich auch noch einen Hit bekommen, wie ich sie kenne. Ja! 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 Ganz wichtiger Hit. Alter, das ist ein Troll. Oh, ich glaube, das wird eine Widerreise drin. Oh. Ah! Er hat Sepp Lock. Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Ja! 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 Stark gespielt! Stark gespielt, Mann! Alter, ich gönne den Sieg, Mann! Ich gönne den Sieg! Alter! Krass! Nein... Weil einfach alles tot ist. Keine Chance! Wir können es nicht gewinnen! Wir nehmen den Sparky! Die Frage ist, für Inferno Drache? Ja, das spielt eh keine Ahnung! Ja, 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 ja... Ja, ok, wir nehmen Inferno Drachen raus! Wir nehmen Inferno Drachen raus,ospackie rein! Wir fernen Drachen raus, Sparkie rein. Golems Sparkie! Oder ich nehme Mega Ratter dann noch rein! wir traden schnell traders geil, Ehrenmänner im Clan Sparky für Entfernung und was wir noch machen können wäre Mega Ritter statt Golem spielen aber erstmal mach ich Golem Sparky ich glaub Sparky kann uns hier sowas einfach durch Carina alleine im Alleingang lass ihn doch gewinnen ja in manchen Situationen muss ich echt besser umgehen mit den Niederlagen dass ich dann einfach gegen den Gewinn lasse Jonas wird auf jeden Fall deutlich näher ankommen aber wir sind halt wirklich auf dieser Grenze wo es wirklich schwierig wird auch zu gewinnen teilweise Lumberjack Baby D natürlich haben wir jetzt spielen wir einmal Nado gegen eine Princess am Start und dann ist das ein Typ der Hog Rider spielt ne ist egal weil es geht eh nicht mehr um Zeit es geht nur noch ums Gewinnen ab jetzt geht es nur noch ums Gewinnen wir sind jetzt in Stage Nummer 3 ab jetzt geht es nur noch ums Gewinnen oder eigentlich Stage Nummer 2 aber jetzt geht es wirklich nur noch ums Gewinnen es geht jetzt gerade wirklich nicht mehr darum zu rushen sondern einfach darum zu gewinnen er trifft beides ja Ja, genau. Ja, genau. Ich glaub's auch. Junge, wir spielen erstes Game Sparky, denn wir spielen nur Rocket. Ich kann's nicht fassen. Er hat gefällt, so, die war ein bisschen spät, aber, Junge, das kann mir doch keiner erzählen. Vor allem, dass es auch noch ein Typ ist, der direkt, der die Rocket auch noch direkt, er wirft die ja, er hat sie ja direkt auf den Sparky geworfen, als er ihn gesehen hat. Direkt. Er hätte ja kaum schneller werfen können. Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass das ernst gemeint ist. Also, wir spielen jetzt den Sparky. So. Ich hätte ihn links einfach spielen sollen, aber ich will ihn auch gegen das Hock verteidigen. Wahrscheinlich, Alter, der beste Spieler der Welt. Cyclet extra schnell den Ice-Magier und noch eine Karte, damit er den links wieder hört. Okay, der Magier geht da an. Wie er halt auch nicht aufgibt. Wie er halt auch einfach nicht aufgibt, obwohl er verloren hat. Okay, jetzt gibt er auf. Sehr schön. Puh, wir hätten nicht gewonnen. Ich glaube, Sparky hilft uns nochmal krass. Wir hätten es viel früher machen sollen. Wir haben den, wir haben schon saulang den Epic-Dings gehabt. Ich hätte viel früher Sparky schon benutzen sollen. Wir haben Sparky jetzt leider ein bisschen spät benutzt. Wir knacken jetzt, glaube ich, die 5K. Aber ich hätte es viel früher machen sollen. Wir haben ordentlich Zeit verloren und schaffen jetzt keinen großen Vorschwung mehr auf Jonas. Vielleicht so 100 Pokale, was aber auch noch gut ist. Aber wir hätten halt viel mehr schaffen können. Wir schaffen noch ein Game. Wir schaffen noch ein Game. Und jetzt können wir uns Zeit lassen. Timer ist eh abgelaufen gleich. Timer ist abgelaufen gleich. Jetzt erst mal uns Zeit. Er wird doch wieder eine Rocket spielen. Ich habe nicht einmal in 5000 Pokalen gegen Rocket gespielt. Und jetzt seit ich Sparky spielen, haben wir gefühlt, jedes Mal, die gehen einfach Rocket. Ich weiß nicht, ob der den jetzt nicht jeder dabei hat. Aber wenn der jetzt mit Rocket auf meinen Sparky wirft, dann war es das aber auch wieder. Die geht nicht down. Aber wir lassen es lieber. Das wäre ein Overextend, wenn wir es selber würden. Ah, die Prinzess macht so viel Damage einfach. Okay, geil. Yo, wie viel Leaks hier hat er gesagt? Der ist down, der Turm. Der Nadeau war bad. Der Nadeau war bad. Ich habe es doch selbst gesagt, dass der Turm daun ist. Wisst ihr, was ich gerade in dem Moment gedacht habe? Der Sparky würde den Royal Giant clearen und wir können das King-Krubelfassern und King ziehen. Es war eine dumme, späte Entscheidung, die ich nicht hätte machen sollen. Es wird jetzt schwierig, das Mensch. Es wird sauschwierig, das noch zu gewinnen. Aber gegen Royal Giant bei Mainz 1 ist es auch nicht geil. Ja, und der Try hatte da auch seinen Turm, Alter. Was ein Keck. Vor allem, der hat halt einfach einen Megaretter, ne? Der würde jetzt gleich einfach einen Megaretter in unser Maul werfen. Und dann ist der, ist der Geschichte der Dings. Der Hexe. Macht Sinn, wahrscheinlich. Ups. Ich bin nicht aggressiv, leider. Ich bin nicht aggressiv. Ja, nicht schlecht von mir auf jeden Fall. Alter Schwede, der Sparky bringt uns krass voran, der ist wichtig. Aber allgemein ist das ein schwieriges Ding. Ein sehr schwieriges Ding. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Der Teil muss auf jeden Fall dauern, den machen wir mal aus. Das ist der Score, der Scoreboard. Big Spin hat noch nicht gepusht. Ich weiß nicht, ob ein, zwei, drei auch noch nicht gepusht haben. Auf jeden Fall bin ich auf 5000 Trophäen nach sechs Tagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt schaffen. Das Projekt läuft komplett insane. Das macht mega Spaß. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich denke, es war sehr sinnvoll. Das Projekt sollte eigentlich 20 Tage gehen. Wir sind jetzt bei Tag 6. Aber Jonas hat schon richtig erkannt, dass wir irgendwann nicht weiterkommen. Deswegen wird das Projekt verkürzen und wird wahrscheinlich 12 Tage gehen. Ich denke, 12 Tage ist, da ist alles ausgelutscht. Also wir sind jetzt am, der 6. Tag ist durch. Wir haben die Hälfte, dann hätten dann quasi durch, wenn wir 12 Tage machen. Und wir sind jetzt quasi unser Maximum fast. Klar, wir werden noch bestimmt auf 5500 oder so pushen können. 5600, 5700 vielleicht. Aber irgendwann ist Schluss und ich bin mal gespannt, wie hoch wir da kommen können. Ja Leute, das war es mit Tag 6 von dem Speedrun. Ich bin insgesamt auf 5000 und ein bisschen Pokaler gekommen. Ich muss sagen, ich bin nicht super zufrieden. Ich wollte eigentlich 5100 oder sogar 5200 erreichen. Es lief dafür nicht gut genug. Wir haben teilweise einfach Gegner bekommen, die waren zu krass. Da konnten wir wenig machen. Aber ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen werden. Wir werden nämlich nicht mehr so krass hochkommen. Ich bin aber gespannt, wie hoch wir überhaupt noch hochkommen können. Wir sind trotzdem noch knapp 100 Pokale in Führung vor Jonas. Und ja, ich bin gespannt, ob wir die Führung auf jeden Fall weiterhalten können über die nächsten Tage. Und ja, falls dir das ganze Video gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da lassen. Würde ich mich mega freuen. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr gerne noch von mir sehen würdet, außerhalb vom Speedrun. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.